Rühne-Welter und dann fehlen nur mehr die besten Zehn. Reichte Turbulenzkoppe in der Luft, also ist immer wieder gegen den Skigangen. Schaut, dass der Ski nicht zu nahe zum Körper kommt. Schaut, dass der Ski nicht zu nahe zum Körper kommt. 128 Meter, 5 x 18,0 Einigkeit im Richterturm. Zwei Punkte Vorsprung auf Markus Eisenbichler, Rühne-Welter ist vorne. ... in Verbindung setzen und wir machen in Kürze weiter am Kreisberg. Viel Spaß!